willkommen zurück zu heroes of the storm hellenliga mit dabei wieder der dancer hallo ja demnächst season ende dann wieder season 3 ich freue mich mit einigen veränderungen herrnliga geht bloß noch zu 1 also alle 1 team liga halt dann was hat es dann drin zu 22 3 oder 5 genau 23 oder 5 der wenn man weiß nicht ob das so gut ist klar war mit ins boot naja lieber klar als anderen trotteln ja er tut mir leid aber man sieht ja die teams manchmal ja manchmal sind die team schon ein wenig so kursschaft waren jetzt gedacht wo stehen wieder an vorderster stelle das beste kommt zum schluss so langsam wenn man so guckt die anzahl der helden da könnte auch ruhig dritten band einführen das beste kommt zum schluss das ist genauso wie hier klauer den intakt mit schwarzfahrer ja ja das war alles klar geht schon gut los ja kann man machen und sollte nicht passieren da hat wohl die frau äh gesagt nein komm ran hier wer weiß oder andersrum ne 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 das war einfach nur der typ hat die litte tracer skin gespielt und dann sieht so dermaßen scheiße aus dass das spiel aber gesagt hat aber das hat partie haben sich auch total für uns muss ich sagen reconst absolut bei tracer hat dass ich mir dann vielleicht vielleicht noch etwas besseres vorstellen ja Ja, vor allem, das ist dieser Legendary-Weaver. Ja, genau, der Level-Zier. Nein, nein, nein. Ja, sieht genauso aus. Nein! Ach, Quatsch, Quatsch! Ach, du bist auch ein Helm. Der hat ein Motorradhelm, was der in Overwatch hat. Ja? Und hier? Hat der nur eine fettere Brille. Ja. Ist ja egal, es kommt auch das gleiche raus. Total. Das sieht aber genauso wirklich aus. Was willst du verlieren? Willst du wessen? Ne, ich wessen nicht. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Okay, doch. Garten der Ängste. Ne, sind wir erst. Wow. Ich bin schon gar nicht. Das ist aber schon gar nicht. Ich lebe nicht. Nimm lieber Tracer. Nein, ich nehme keinen Tracer. Ich kann nicht Tracer zücken. Picks spielen. Naaah. Ja, der pickt nix. Wer ist denn hier auf dieser Map so gut? Sag ich mal. Ehrlich gesagt Tracer. Ich gucke erst mal, was der pickt, okay? Dann spiele ich vielleicht Tracer. No, klar. Du dies. Weil wenn ich jetzt den Tracer picke und die fange an zu picken. Ich gehe jetzt den Tracer picke und die fange an zu picken, dann bin ich jetzt hier am Arsch. Ne, vor allem der pickt jetzt das und du bist danach dran. Der pickt gar nix. Nice. Also die Runde geht richtig gut los. Wie viel haben wir jetzt schon fertig? Warte mal. Zwei. Huch. Da sind wir jetzt keine 3. Oh, ist das schön. Sehr mühe. Oh, kleiner. Ja, das ist free to play. Ach. Mhm. Warte mal, warte mal. Da, tatsächlich. Krass. Sonst könntest du ja nicht spielen. Ja, gut. Nein, leider bin ich in den Helden, wie ich noch ein Spiel sitze. Ich wollte gerade sagen, die wird jetzt auch wieder rausfliegen. Nee, aber unser zweiter Pick. Nein, Kälter ist okay. Ich hab immer irgendwas mit Arsch verstanden. Was braucht man denn hier überhaupt? Ein Heiler. Das ist mir klar, ja. Ja, ich weiß doch noch nicht. Ich hab nicht schon wieder Bock auf Heiler. Ja, dann spiel. Hast du nicht? Das war jetzt bloß so ein Pick. Ja, das ist klar. Ich tu mich schon wieder um, Männer hier. Der Tag der Abrechnung. Tyrael. Äh. Dann kann ich noch ein Heiler haben. Dann kann ich noch ein Heiler haben. Heiler haben sie. Gut, aber Moral ist nicht spannend. Ah, dann kann ich noch ein Heiler haben. Das ist, wenn man den kann, ist er zu böse. Ich weiß nicht, spiel ich mal Spezialist seit langer Zeit mal? Ja, auf der wird bist du aber Spezialist relativ, ne? Kommt drauf an was für ein Spezialist. Also Sylvanas kann man machen, weil die macht auch gut Damage. Äh. Gatslo ist auch gar nicht so übel, weil der kann ja schon die Türme da belagern. Den hab ich jetzt nicht. Äh. Nur halt irgendwann zum Pushen wäre halt nicht so praktisch. Murky oder Sagara. Hm. Na klar. Ähm. Ich könnte aber auch ganz durchspielen. Ja, wenn du willst, dann spielst du, äh, Stitches, dann spielst du von Anderes. Ich hätte jetzt auch wieder was anderes genommen. Ja, entscheide ich. Ach, scheiße. Ich probier's heute mal, ne? Was ist er denn? Ich hab Stitches. Beeil dich! Scheiße! Ah! Verdammt. Ich wollte mir eigentlich Tracer schnappen, aber ich hab die gerade gar nicht gefunden gehabt. Hast du die jetzt auf 5 oder wie? Hä? Hast du die jetzt auf 5? Jaja, die ist, äh, auf 5, aber ich hab sie gerade nicht. Du weißt aber, du weißt aber, man kann auch den Namen eingeben, ne? Ja, so schnell war ich jetzt aber nicht. Ne, ich hatte gerade Tank, Assassine und Unterstützer an den besten und da hab ich die jetzt gar nicht gefunden gehabt, wo sie ist. Verdammt. Da ist sie! Boah! Kleiner Tipp. Versuche nicht die Tracer anzuchargen. Ja, ja. Mit der Zeitschleife, die Nid, die hat alles wieder. Wie ist das eigentlich bei Li Ming? Ich glaube, ja. Wenn die springt. Wenn die springt, du rennst so weiter hinterher. Ja, genau. Aber Tracer ist ja verschwunden, so. Wusch! Ja, ne, die ist komplett weg, die kann ja auch alles, was die hat, Verlangsamung, Gift, wird alles entfernt. Nur die Lebenspunkte nicht. Ne, das erst mit Level 20, wenn du es skillt. Haben sie das angekommen? Ne, das war schon immer auf Level 20, Konzeptskillen. Sicher? Ich bin der Meinung, das war mit 17 schon mal drin. Ne, ne, das war schon immer mit 20. Habt ihr ja vom Tag 1 an gespielt. Auf jeden Fall, äh... Was wollte ich jetzt sagen? Du kannst auch, wenn du den Charge nochmal aktivierst, den abbrechen, ne? Hm, ja, irgendwas hatte ich mal gesehen. Das war bei Wechmeln, wann das noch so... Ach, ne, das war ja in Overwatch gewesen. Bei Mercy's Fliegen kannst du ja auch abbrechen. Ja? Ja. Echt? Wie das denn? Na, nochmal die gleiche Taste drücken. Ich flieg aber komplett durch. Ich hab letztens jetzt probiert, nochmal wieder. Äh... Ich weiß nicht, ich hab so irgendwie nervös Shift gedrückt, weil ich schnell hinwollte, weißt du? Und dann hab ich das zweimal gedrückt und auf ihm hat so abgebrochen. Ja, geil. Und wieder was gelernt, ey. Ja, ne? Fast Level 200 und kennt nicht alles, ey. Ich geh geh geh. Ha. Ha. Los geht's! Ist die Frage, wo geh ich hin? Ich geh da oben hin. Ja. Okay, Nova kommt hier mit. Nice. Das haben wir schon verloren. Zwei sind unten. Ich hab's doch wieder hier. Ich geh mal runter. Ich geh mal runter. oh fuck Mensch, geht mir aus dem Weg, Kälters Ronan Ich habe auch schon eine Ewigkeit nicht mehr mit dem schlechteren gespielt Yeah Oh, da steht der Liebling ist der auf K, die tötet ich Ey, da steht der mir wieder am Weg rum Nein Die war auf K, ich hätte etwas getötet Das als Butcher Gibt auch eine Butcher Ach nee, stimmt Wir spielen Skitchers Skitchers Wir sind beide fett Jo, unterreden beide müssen behindert Ich habe irgendeine Quest Ja, ja, mit dem, äh, Fleisch zusammen Oh Nee, geh weg Auf dem Weg, bin auf dem Weg, halte durch Ich muss eh weg Äh So, vergrößert Wirkungsbereich, verringert Abklingzeit Nice Ich gehe wieder nach unten Funkelchen ist da Diese Tracer geht mir so auf den Sack Das war aber brutal Oh, shit, 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 shit Der ist mir rippt Naja, kann ich nichts machen Schade Ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll Haben die den Wirkungsbereich vergrößert Vom Ammensturm Das ist extrem krass Äh Das sieht es da noch aus Unten ist die Ja, ich gehe runter Ich bin da, ich bin da Ich bin da, ich bin da Oh, Tracer fast gekriegt Tschüss Ah, jetzt so Gibt's doch nicht, ey Gibt's doch nicht Loll, der ist ausgewichen Hey, 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 komm her Funkelchen Nice, Nova, sehr gut Nice, schön gehuckt Ich weiß doch, ich bin da Hookmaster Der war awesome Alter, ich freue mich, wenn ich Stitches selber habe, ey Ja, genauso wie bei Tracer So, Mana wieder voll Oh, darum Tracer Ja, sobald sie eben mal Zeitschleife eingesetzt hat, geht ja Ja, besser, dann kannst du ja Ja, ja, dann kann man die schön Problem ist, wenn die dann wirklich schnell wegkommt Nice Hat der schon 47 Blut Ja, wenn du 125 hast, verlierst du da noch nicht mehr Ach, ernsthaft? Mhm Nicht mal, wenn du tot bist? Nee, nee, dann verlierst du da nicht mehr Aber du kriegst dann Das, was du eigentlich verloren hättest, noch als extra der Mensch drauf Ja Das ist ja die Quest von dem Ist ja nochmal ein Problem, bis dahin zu kommen, ne? Ja, ja, klar Ich geh mal runter Oh Gott Ich wusste gerade nicht, wo ich hin soll Ah, geht weg Okay, Sonya 101 schaff ich nicht Ja, Sonya ist unten da Okay, wobei Sonya schaff ich schon, aber Kriegst du mir noch dabei? Du bist da oben, ne? Ja Der Engel So Alter, lasst mich in Ruhe Keltas, Alter Geh aus dem Weg Anstatt der mal seinen scheiß Wind zieht Den hatte der bestimmt noch auf Dings Egal, einen haben wir im Glück, ist okay Oder wir haben beide bekommen Oder? Nee, den letzten nicht Okay Der ist gerade bei uns eingeschlagen So, ne, weil wir schon so viele Punkte haben Geil Ihr Keltas hätte jetzt echt mal seinen scheiß Wind da reinziehen können Nein Nein Oh Schmerz, Schmerz Dauer Eieieiei Scheiße Wie sieht's überhaupt aus? Oh Gott, ist Kälter schlecht Der hat die Frenx-Ulten benutzt hier nicht, ey, das ist... Können wir mal kotzen, wenn ich schon tief weit verliere und sehe, wird doch nur Ult ready Alles klar Schön, dass du so weißt, wo überhaupt das Super Da unten ist Funkelchen Nova schon wieder def Bereitet euch vor Jetzt löwe ich auch noch Tracer in der Arme Man, ich wollte nicht hocken, weh Nehmt die Altäre rein Hab, hab, hab Oh Gott, das ist Willen, ey, ne Alter, sie ist schnell Nein Nein Nein, gib doch nicht, ey Schön Ja, ist okay, ist okay, 2 für Krieger So, zum Camp Äh, was krieg ich denn jetzt das hier? Man, ich wollte die Perle auch haben, ey Die Perle Ja, da gibt mir mehr Leben für mich Oh, shit, ey, voller Depo Schade eigentlich, läuft ganz gut So, jetzt stehen hier wieder alle Oh, fuck, oh, fuck, oh, nein Da wollte mich der Erreger gerade Ja, hab ich gesehen Oh, na, hab ich 2 getötet, das reicht mir Hm Ah, ist natürlich blöd Das ist natürlich blöd Komm schon Pass auf Yes Ja, ich weiß Ich komm gleich mal zu dir mit Ich komm gleich mal zu dir mit Ich komm gleich mal zu dir mit Boah, Sonja Sonja kommt wieder raus Yes Ja Warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Weil die Sonja geultet hat, die hat reingesprungen Aber wir haben 2 bekommen, oder? Das wird mir nicht mal angezeigt Die Sprung-Ult-Karte gemacht, deshalb Ja, ey Nein Du Bitch Werf mich nicht Wie er göttlich Ja, wie sieht's momentan aus? Oh Gott, 6-mal gestorben Ey, ich war auch schon noch besser mit dem Ey, das interessiert keinen mit die Camps Ey, das ist doch Ne, die müssen wir jetzt abfangen, geht mal los Haben die den Boss schon gemacht? Oh Gott Ich ulti die Leaming wieder Das ist doch nicht wahr Schöne Kette Schön Boah, die verlangsame Oh fuck Loll Das hab ich jetzt gar nicht mitbekommen Ja, natürlich jumpt die da raus Ich hatte die schon wieder Ach guck, ich schrieg die Mauer, ey lol Geht er auch? Naja, wie halten sie hier? Nice Du 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 oh Oh ne, ne, boah Boah lol Pass auf, pass auf Yes, nein Oh jawoll Alter, war das gut eh Aber den haben wir jetzt nicht gekriegt Scheiße Ja, leider Okay Geld, das interessiert nichts hier Oh god Ich hab's ja, ich hab's ja, nein Die Lache Hat die eigentlich geskillt, dass die nochmal springen konnte Also die ist nur zweimal gesprungen Okay Wahrscheinlich den Vierer Ja, ja, das mag ich auch immer, aber Die ist nur zweimal gesprungen Zeitschleifen und dann nochmal zweimal gesprungen Ich bin ein bisschen verwirrt Ich bin ein bisschen verwirrt, natürlich Toll Party, party Das ist fast kalt, nice Den nehm ich mir Wo will den denn? Ja, das sagt ja Ja, vor allem, weil ich ihn gekettet hab Ja, deshalb sag ich, dass du auch mein Gott, vergesst es eh Ach sooo Pass auf, ich stell mich jetzt hier hin Hier, ne, hier Der erste, den ich kriege, huck ich hier rein Da, da, da! Ah Mm Земl, harch das, Scheisse Ehhh auch schwecken wir haben was der bus gibt wo ist der heiler der war beim bus mit ich wäre sonst abgepasst verbar blöd vermiel剛 der stück das schild 牛 die auch komplette heilung gekriegt wo sind die wo sind die die pflichten gerade die ziel zurück momentan nähe diese noter 119 blut für mich hat da geht er doch offen ist alles klar ich gehe in den tunnel grüß euch die menge ist nicht weiter oben hier irgendwo jetzt habe ich 125 weiss nach da oben Nein! Nein! Mach mal so! Wo bist du denn? Nein! Verdammt! Halt, Türen! Nein! Ne, 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 ne! Boah! Nice! Mit 100 Lebenspunkten! Krass! Brecke! Brecke, jawoll! Einen Punkt nur noch, ey, das schaff mal los! Nein! Ich komm hinzu! Tracer von unten! Naja, ich mach schnell, ich versuch zumindest! Alter, die sind aber ins! Hm... Da, Tracer! Gott, helh, helh ich nicht! Ich hab's! Und... Jawoll! GG! Dafür, dass ich sie mal geschwommen bin! Egal! Ich komm noch Gold, ey, ich komm noch Gold! Na, ich hab jetzt wahrscheinlich meine Promo wieder! Yo, nice! Banshee! Hm... MVP, Banshee! Yay! 95! 95 Sekunden lang betäubt! Was war denn das andere bei dem anderen letztens? War auch was, ne? Äh... Festgehalten! Genau! Das war Arthas! Ach, ja! Ja, das ist aber auch, weil ich, äh... Genau! Betäubung ist, ähm... Hook! Und, äh... Die Ulti! Mhm! Fressen! Und... Großartig da! Du warst in diesem Spiel an 20 Kids beteiligt! Damit liegst du über dem Durchschnitt! Ähnlicher Spieler! 11,7! Ja, Kiki! Und das blitzt! Das heißt, Promo-Zeit! Yay! Ha, ich brauch schon zwei Matches machen, mindestens! Ja! Drei! Naja... Ist ja nicht so wild! Nächste Woche, beziehungsweise jetzt, dem Mittwoch, kommt der Ragnaros! 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 Den Held, den ich mir auf jeden Fall holen werde! Gut! Ach auch! Ach auch! Hahaha! Gut, dann würde ich sagen, nach diesem sehr schönen Match machen wir hier Schluss! Und wir sehen uns im nächsten Mal wieder! Haut rein! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Tschüss! words chi Bis zum nächsten Mal.